Heute bin ich zu Gast zu den Gaststudies, die an der Hochschule Osnabrück-Fakultät I&E den Englisch-Praktiken-Kurs Quality Engineering absolvieren. Wollt ihr kurz wissen, was die im Kurs machen? Mein Name ist Jan East, ich komme aus Frankreich. Ich wähle die Quality Engineering Pro, denn ich wollte mehr lernen über die Mechanik und speziell über die Beweise und die Beweise. Ich denke, es war eine gute Wahl, ich glaube. Hallo, mein Name ist Marian Moreno und ich studiere in Engineering, und ich komme aus Spanien. Ich habe die vier Jahre hier, zwei Semestern gemacht, und ich empfehle mich wirklich hier, denn es ist eine sehr gute Erfahrung. Hallo, ich bin Maxim, ich komme aus Frankreich und ich studiere in Tarte. Ja, es ist sehr schön. Wir studieren viele Materialien, wie die Qualität, auch. Also, wir treffen viele Leute aus verschiedenen Ländern. Es ist sehr schön. Und wir können auch besuchen und herausfinden in Deutschland. Ja, die Kurs Quality Engineering ist ein Certificate Course für die Frage, wie zu produzieren, wie zu produzieren, wie zu produzieren, wie zu kontrollieren, wie zu kontrollieren, wie zu kontrollieren, wie zu kontrollieren, wie zu kontrollieren. Und die Grunde, warum wir diesen Kurs geben, ist, dass viele der Ingenieure einen Teil von dem Mal arbeiten. later in fields of quality assurance. What I like is to teach international students from different countries, from different cultures and to contribute, to increase the knowledge, the scientific knowledge as well as hopefully to contribute so that the students understand other cultures from other nations and that we hopefully contribute a little bit to get peace in the world.